Die neue Welle. Zehn Fragen in 60 Sekunden. Die Zeit läuft ab jetzt. Los geht's. Dein Lieblingsessen, Henrico. Alles, was Mama kocht. Sehr gut. Dein Lieblingsgetränk? Alle möglichen Säfte, die es gibt. Okay. Mit wem wolltest du schon immer mal im Leben zusammenkicken? Wird nicht mehr klappen, leider. Aber mit Alessandro Del Piero hätte ich gern zusammengespielt. Dein großes Idol. Was ist dein Lieblingsauto? Ja, ein Ferrari. Schon nicht schlecht. Lieblingsschauspieler? Ja, Denzel Washington. Lieblingsmusiker? Vielleicht auch Lieblingsband? Habe ich so keine. Alles, was mir gefällt. Also wirkliche Lieblingsband habe ich gar nicht. Lieblingsfilm auch von Denzel Washington? Nee, also gibt es viele von Denzel Washington, aber die Rocky-Filme sind schon. Hast du ein Haustier? Nein. Okay. Wenn du eins haben könntest, was willst du eventuell mal anschaffen? Ich glaube, meine zukünftige wird unbedingt dein Hund und da komme ich nicht drum. Wo machst du denn am liebsten Urlaub? Am liebsten mache ich Urlaub zu Hause in Italien bei meiner Familie, ja. Dein Lieblingsfleckle in Karlsruhe, wo trifft man dich? Ja, in der Weststadt, gerne am Gutenbergplatz. Da ist ein ganz schönes Fleckchen. Gute Wahl. Danke. Wackers KSC-Show bei der Neuen Welle. Immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr und zum Nachhören als Podcast auf dieneuewelle.de.